Ich versuche rauszufinden, wer meinen Hund getötet hat. Ich. Sie gehen jetzt in Therapie. Sie suchen sich einen neuen Partner. Und dann will ich Sie wieder draußen sehen. Was ist mit ihm? Mit dir. Ganz langsam, ja? Sie liebt es zuzuschnappen. Das Gefühl kenne ich. Lass uns das Ding abmachen. Komm her. Ja, dich will ich. Jake, was willst du von mir? Ich muss Ace Todesursache rauskriegen. Hey, auf den Boden! Du spielst dein Spiel, doch dir fehlt ein Team. Habesmädchen. Musst du nochmal raus? Wissen Sie, wie viel Ärger ich bekomme, weil wir ein scheiß Drogenlabor mitten in Bel Air hochgehen lassen? Wissen Sie, wer da wohnt? Dann feuern Sie mich. Da scheiß ich drauf. Was? Sie haben einen Mann erschossen und einen anderen erstochen? Und was kommt nächstes Mal? Oh, mir fällt sicher etwas ein. Wie hast du das gemacht? Du hast nicht einen Kratzer, oder? Oh, danke. Danke.